Ihr habt mir so viele Anfragen geschickt, dass ich mal wieder ein Video machen soll. Also mache ich ein Video. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Hier soll eine Burgruine sein. Auf den Bildern sah das aber nicht so cool aus. Naja, gucken wir mal, wa? So, ein paar Meter weiter. Ich habe hier so eine Tafel gefunden. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das soll das gute Stück sein. Naja, Shane ist was anderes. Aber wir gucken trotzdem von oben. Ich habe hier aber oxidiert. Ja, ich los sageciu. Oh, das ist das gut. Ich habe hier geweiger hopes auf dieser Stelle gemacht. So wie gesagt, von oben siehst du da nicht viel, ihr habt mir schön in die Augen verblitzt gerade, schön in die Sonne geguckt, sehr geil, ja, dann zeige ich euch das ein bisschen noch von unten, mal gucken ob das was wird, aber ich glaube schon. So wie gesagt, von oben siehst du da nicht viel, ihr habt mir schön in die Sonne geguckt, so deswegen machen wir einen kurzen Location Wechsel, so spektakulär finde ich das jetzt hier nicht, ne, Moine, vielleicht gucken wir gleich noch mal rein in diese komische Butze hier, naja, finster wie ein Bärenarsch ey. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Freunde, ihr dürft eins nicht vergessen, drückt diesen Verfolgenknopf, ne?